Ja Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Kubuin und Quartamark bekommen könnt. Die Pokémon sind exklusiv nur in Purpur erhältlich. Wenn ihr die andere Edition habt, dann könnt ihr sie durch Tauscher halten oder auch in die Welt eines anderen Spielers gehen und es dort selber fangen. Da gilt aber zu beachten, dass ein Editionsspezifisches nur spawnt, wenn es von demjenigen, der die richtige Edition dafür hat, getriggert wird. Das heißt, ihr müsst die zusammensuchen gehen. Solltet ihr niemanden kennen, wo die Edition hat, dann könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server joinen, euch dort connecten und die Editionsexklusiven miteinander tauschen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Hier seht ihr die Habitate, in denen Kubuin überall vorkommen kann. Und ich bin in der nördlichen Zone 3, da am Strand entlang kann man die eigentlich ganz gut ohne Probleme finden. Und hier seht ihr jetzt die Habitate, in denen Quartamark überall vorkommen kann. Ich bin im Schmierhain, es ist eher selten, aber als ich es dann mal gefunden habe, war gleich eine ganze Gruppe da. Solltet ihr Probleme damit haben, es zu finden, dann könnt ihr euch auch ein Sandwich machen, das die Begegnung von Pokémon mit einem bestimmten Typen erhöht. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris, Athen. Auf Wiedersehen!